Hallo zusammen, hier ist wieder Hörchela und schon wieder für euch in Battle for S.W.D. unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Angelsack-Opening präsentieren. Wir versuchen nämlich wieder meine beiden Angeln, die ich noch fürs Transmog brauche, einmal zu ergattern. Und dazu habe ich wieder 20 Säcke, die ich aufmachen will. 12 haben wir jetzt auf dem Main-Char hier und ich glaube mal irgendwo auf einem anderen Char bringen wir bestimmt noch die restlichen 8 zusammen. Und dann würde ich sagen, starten wir gleich mal durch mit den Säcken. Ich habe mittlerweile glaube ich 120 aufgemacht. Heißt, ähm, ja, wenn wir jetzt wieder 20 aufmachen, müssen wir über 140 sein. Und ich hoffe, dass wir dann zumindest eine Angel verbuchen können. Wobei das jetzt hier gerade nicht ganz so geil aussieht, nur graue Items. Ach komm, ein Ding könntest du mir doch geben. Okay, die ersten 12 Säcke waren eine komplette Nullnummer. Wir haben nicht mal so einen Angelhut bekommen, den kriegen wir eigentlich fast bei jedem Mal. Schauen wir mal, brauchen wir das, ne, das können wir eigentlich alles weghauen. Ja, weg mit dem Mist, Inventar wieder freiräumen. Also das war schon mal leider nix. Ähm, im Moment bin ich ja immer noch an zwei Angeln dran. Und diese beiden Angeln, die haben etwa so eine Drop-Chance von, ja, zwischen 0,3 und 0,5 Prozent, dass sie aus diesen Säcken rauskommen. Es gibt da insgesamt drei verschiedene Säcke, die ich halt farmen kann. Einer, ähm, den kriege ich in der Garnison. Deswegen stehen meine meisten Chances auch tatsächlich, mit denen ich angle in der Garnison rum. Das geht relativ schnell, dass ich mir da einen Sack holen kann. Aber der andere Sack, wo ich dann, ja, NSW im Moment das am Farmen bin, das geht auch in IF oder in, äh, bei der Horde auch in OG oder halt in der Hauptstadt, wo man halt angeln kann. Und da muss man teilweise schon ein bisschen, ein bisschen intensiver angeln, dass man was kriegt. Und gut, es würde da noch eine dritte Option geben, dass man einfach, ähm, in Dalaran auch noch den Angelsack mitnimmt. Das ist so ein blauer, aber da muss man dann immer durch halb Nordend fliegen. Und das ist es eigentlich von der Zeit nicht wert, dass man einen Sack mehr kriegt. Da mache ich es lieber mit mehr, mit mehren Twink-Chars. Und bin schneller, als dass ich die Nordend-Sack-Quest auch noch mitnehme. Gut, jetzt machen wir hier noch, äh, was haben wir gesagt, acht Kisten auf. Oh, ihr seht schon, der hat nur einen Haufen Zeugen im Moment, der habe ich nicht verkauft. Was haben wir denn, neun Stück haben wir hier, perfekt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ach, come on. Jetzt habe ich nach der 140. Kiste immer noch nichts. Oder nach dem 140. Sack, puh, Leute, ich sage es euch, es ist so ätzend. Einen Sack haben wir jetzt hier schon noch über, beim Main sind alle weg. Ja gut, ähm, ich werde weiter dranbleiben, mal gucken. Eigentlich war es mein Ziel, äh, bis ich 100 aufgemacht habe, zumindest eine Angel zu haben und danach 200 die zweite. Ich glaube, das Ziel können wir nicht mehr so ganz einhalten. Mal gucken, ob wir bis 200 zumindest eine Angel haben. Und naja, wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne dann beim nächsten Mal, beim nächsten Angelkisten-Opening. Und ja, bis dahin, euer Tela, äh, ciao.